Verantwortungsvolles und nachhaltiges unternehmerisches Handeln. Darum ging es in einem Workshop der IHK Würzburg-Schweinfurt, der sich speziell an Existenzgründer und Start-ups richtete. Referent Arvid Lüth ist spezialisiert auf diesen CSR-genannten Themenkomplex der Corporate Social Responsibility. Große börsennotierte Unternehmen sind seit 2017 gesetzlich dazu verpflichtet, in ihren Lageberichten verstärkt ihre Maßnahmen zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen zu dokumentieren. Für die Teilnehmer des Workshops können CSR und Nachhaltigkeit an sich schon ein eigenes Geschäftsmodell darstellen oder aber in andere Geschäftsideen als Wettbewerbsvorteil integriert werden.